Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Die Welt von Morgens. Es kommen auf jeden Fall schwierige Zeiten auf uns zu. Ich habe heute wieder zwei sehr spannende Gäste bei mir. Zu meiner Rechten sitzt Sarah Wagenknecht. Es gibt jetzt einen Grad an Einschränkungen von Grundrechten, der hochproblematisch ist. Im letzten Jahr war sie laut INSA noch vor Angela Merkel die beliebteste Politikerin Deutschlands. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne.